Er hat nicht so doll die Fantastik-Vorfälle, aber er war schon einer, der nicht weggekommen hat, wie ich jetzt sagen. Er hat den Schlüssel, ein ganz arsch, total charismatischer Typ und hat so verdient, dass er dann nochmal eine Chance bekommen hat als Kämpfer. Und das ist so, dass er als der Fantastik-Vorfälle hat. Ich habe da das in der letzten Woche gesehen, nachdem ich mit dem Definition des Krone-Arm-Famersbilder-Vorfälle so gelegt habe. Er sagte, er hat den Fantastik-Vorfälle, den wir in der letzten Woche gesehen haben. Und er hat den Fantastik-Vorfälle, die die Fantastik-Vorfälle, die wir in der letzten Woche gesehen haben. Und er hat den Fantastik-Vorfälle mit den Fantastik-Vorfällen. Nein, Wärmehutelafer, wenn ich geglaubt habe, was für ein Schwachsinn wir das sehen. Die Punkte kommen dann einmal rauf bei dir, Sia, Löffelbeantwortung. Das heißt, 1.000 Punkte für dich und du suchst dir eine Frage aus. Nehmen wir mal Nickelodeon für 300. Nickelodeon für 300. Hände neben die Buzzer. In welcher Stadt wohnen die Figuren Meinhard Mainz gut, Freddy Vorlich und... Hold on! Ich lese sie noch einmal vor. In welcher Stadt wohnen die Figuren Meinhard Mainz gut, Freddy Faulich und Sportacus? Die Stadt, würde ich gerne wissen. Sportacus sagt mir so was. Der gute alte Sportacus. Und Freddy Faulich und Meinhard Mainz gut. Unter anderem. 5, 4, 3, 2, 1 und es ist vorbei. Irgendein Tipp? Spongebob? Nein, Spongebob ist es leider nicht. Gut, dass ich nicht gemacht habe. Vielleicht sieht man es bei Sportacus, weil der Charakter schon weiß, wenn es um Memes und andere Sachen geht. Auf Freddy Faulich als Bösewicht wurde in einer Tanznummer. We are number one, habt ihr das Video vielleicht mal gesehen bei YouTube. Sie sind Charaktere aus Lazy Town. Sie sind Charaktere aus Lazy Town. Der Schauspieler, der Freddy vorhin verspielt hat, war mit Plastik. Ist es rechts, meine Frau? Ja, genau. Er hat immer schön viel Plastik im Gesicht. Und manche die Skale sehr richtig kennen. Manche Frau war aus Plastik. Ja. Der Sportakloss hat immer Flickflacks gemacht durch die ganze Gegend. Das weiß ich auch noch. Und irgendwie optisch anders. Das war so. Gebincht die Serie? Ja. Das war also die Connected-Serie. Das war mein Training. Jetzt war ich mit einem Klipper abkennen. Das ist nicht mehr verstehe. Ich bin nach oben für das Special Edition. Wenn du alles zusammenfasst hast, hast du komplett Plastik. Was du jetzt in dir jetzt direkt mitmachen kannst. Dann sage ich für eine Frage, wer nicht noch. Sie hat uns gefehlt, glaube ich. Ich habe keine Antwort. Ich habe keine Antwort. Komm, mach mir mal. Videogame-Rüstung 600. Videogame-Rüstung für 600. Alles klar. Wir gerüsten. Aus welchem Material bestehen die Anzüge von Bayonetta? Ja. Wie denn das ist das Haar? Das ist aufgerückt. Genau. Bayonetta's Haare. Lassen sich anscheinend so ein Federhaar sich anzunehmen. Verbindend. Je nachdem. Je mehr Specials du einsetzt mit ihren Haaren, desto nackiger wird. Sie weisen natürlich dann das Haar, was die Kleidung ergibt, als Waffe einzustellen. Aber die Haare sind absolut richtig. Und gib dir nochmal Dennis. Zeig dir bitte. Wir haben einen Zwischenraum erreicht vor der Pause. All den Momenten. Ach, boi. Ja. 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 Oh, ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 No way! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal.